Also ich komme im Normalfall so um 8 Uhr in die Arbeit, nachdem ich meine Kinderschule und Kindergarten gebracht habe und ich bleibe meistens so zwischen 17 und 18 Uhr. Im Normalfall ist mein Arbeitstag dann noch zu Ende. Wenn man mal einen privaten Termin hat, wenn man etwas später in die Arbeit kommen muss, wenn man etwas früher gehen muss, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Ich bin im Bereich, wo ich sehr oft Dienstreisen mache, sprich ich bin natürlich mit einem Laptop ausgestattet, mit einem Handy, ich kann auf ein Poolauto zugreifen und habe natürlich auch meinen fixen Arbeitsplatz, wo ich meinen PC und Telefon und dergleichen vorfinde. Ein Benefit bei Cargopartner ist, dass auch ärztliche Leistungen angeboten werden. Wir haben eine eigene Betriebsärztin, wo immer wieder mal Sehtests, Impfungen durchgeführt werden. Bei Cargopartner bekommen alle Mitarbeiter pro Arbeitstag einen Essenspro, der in die verschiedensten Restaurants in der Umgebung einzulösen ist und weitere Benefits sind dann abhängig auch von der Position. Das fängt an bei Firmenauto, Handy, iPad, Laptop, je nach auf die Position.